Warte, du kommst mit? Nee, ich hab gesagt, hoffentlich stirbst du. Ah, ich sterb doch nicht. Das kann man natürlich auch so interpretieren, den Satz. Und willkommen zurück zu S3 Together. Wir haben Probleme zusammen. In Minekraft. Wir haben Probleme zusammen? Ja, unsere Oxygen-Bubble ist weg, ne? Nee, die Oxygen-Oxygen nicht nur die. Die Oxygen-Oxygen-Bubble. Nee, nee, die Oxygen ist da. Nur der Terra-Former macht irgendwie Mucken. Nicht mehr. Schlagchen kaputt. Das Geräusch ist gut, oder? Ding, ding, ding. Voll geil. Je Pena. Je Pena, jo. Je Pena. So, warte. Hat hier jemand Holz? Holz haben wir noch. Für dich nicht, ne? Stimmt. Weil wir bauen jetzt hier gerade in der Folge so ein bisschen. Warum hab ich die Miniatur hart? Ich war voll Holz. Miniatur was? Miniatur hart. Ach so. Da kann man doch bestimmt sich Container draus bauen, ne? Bestimmt. So, meine Rakete ist jetzt auch da, wo die andere ist. Ach so, hast du deine Rakete mal hingestellt? Ey, ich weiß ja auch, wo ich meine hab. Wo ist denn die Ranch? Hat die mal gesehen? Nein. Ja, die haben wir mitgenommen. Nein, Heiko. Fuck, wenn anders. Frag ich dir eine Ahnung davon hat, Mann, ey. Wir faxen so scheiße, ey. Das ist immer so unhöflich. Stimmt gar nicht. So. Aber das sind wir gerne, Heiko. Wer hat denn jetzt hier den Dingens weggebaut? Mein Kompressor. Ich hab den woanders hingemacht, weil er da keinen Strom hat. Ich hab mir ne Lava geworfen. Warum hat er denn kein Strom gekriegt da? Weil er da kein Stromkabel war vielleicht? Wo ist denn jetzt? Ja, aber das weiß ist doch ein Stromkabel hier, oder? Ach nee, das Oxygen-Pipe. Ich glaub, Heiko hat den Durchblick. Das erklärt alles. Aber erst motzen. Jetzt sehe ich cool aus. Du Noob, ey. Du Noob. So. Okay. Kannst du jetzt noch rüpfen? Warte, ich probier mal aus. Was bringt das Ding dann? Ich sehe cool aus. Voll doof. Aua. Mehr nicht, ne? Nur dat. Jetzt haben die alle Schaden. Ich brauch 32 Zinn. 16 Aluminium. Warte, hätt ich lieber einen von euch geben müssen. Das sieht so geil aus. Jetzt kann ich das nur sehen, wenn ich im Menü bin. Warte, deine Rüstung? Ja, die sieht so Hammer aus. Naja. So, okay, wir bauen deshalb weiter. Ne, ne, ich will die jetzt behalten. Ah, okay, okay. Eine Art ist ja doch cool. Ist hier schon irgendeine Pre-Fueled von den Raketen? Warte, willst du denn nach Hause, oder was? Ich wollte die Space Station errichten. Ach so. Da brauchst du aber auch ne Bubble. In der Space Station? Ja. Echt? Das Ding. Ja, zumindest brauchst du da irgendwie Luft, weil du bist im Weltall mit so'n ganz kleinen Stationen. Das ist nix. Da hab ich nix drin, oder was? Ja, so ein 8x8 Feld, glaub ich. Ach so. Wie komm ich da raus? Dann muss ich dann springen zur Erde, oder was? Ja, du kannst zur Erde springen, oder kannst halt die Rakete aufs Dach machen. Ach so. Ja, na cool, oder? Ja, geil. Das ist geil. Braurig. Ich brauch so ne Raumstation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach du Scheiße, ich brauch ne Heavy Metal Duty. Ne Heavy Metal Duty? Heavy Metal Duty? Was ist dat denn? Ja, wat geiles, dat baue ich jetzt eigentlich. Ne Heavy Metal Duty. Ne Heavy Duty Plate. Das ist auch ein fälliges Schwein, ey. Steel Aluminium Bronze. Zehn und Copper, damit mein... Dat ist zu viel für mein Kopf. Och nee, er verwandelt dat jetzt alles in Gras. Och, nö. Komisch aber auch. Machst du da, Heiko, warum machst du das kaputt? Na egal, jetzt haben wir hier nen kleinen Rahmen. Damit wir weiterhin schön frisches Oxygen haben. Jaaaaa. Und dafür muss man die immer wieder wegschneiden? Ja, nee, aber die muss ich um diesen Oxygen Collector packen. Ach, die gehen immer weg, die Blätter da unten. Weiß ich nicht, aber wenn's mehr sind, haben wir vielleicht mehr Oxygen. Mehr. Mehr. Meins. Mehr Energie. Oh, wer hat denn hier diese sexy Mauer gebaut? Ich hab die hier gebaut. Ja geil, hör mal. Das ist gar nicht, Peter. Doch, euch wohl. Ach, wer füllt denn hier seinen Tank auf, na? Ich. Ich. Ach, ihr beide also, was? Meiner ist das. Ganz oben gehört mir. Nee, du Schwanz, ey. Hab ich gerade eben reingepackt, ganz ruhig. Ich hab das in der Aufnahme. Ich hab davor auch irgendeinen rausgenommen und gegen einen von mir ausgetauscht. Ding. Aber sonst hab ich den Ding. Was macht das? Der Kompressor. Warum ist der eigentlich am Strom angeschlossen? Warum ist der unsere Wohnung? Wegen dem, weil der ein geiles Geräusch ist zum Schlafen. Der hat nur Batterie? Guck mal, jetzt wächst hier Gras. Machst du das, Heiko? Achso. Wir müssen mal 500 Stück davon besorgen. Und dann immer ding, 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 ding. Aber was ich blöd finde, ist, dass man hier keine Luft hat so richtig. In der Terraforming Bubble. Wir müssen halt auch eine Luftbubble machen. Ja, aber du, die Bäume wachsen so in der Luftbubble. Ja, eben, dafür macht man das doch immer. Also ich verstehe nicht. Kann man die nicht nur upgraden, diesen Bubble Generator? Bubble Generator zusammen. Nee? Hm-mm. Verstehe ich nicht. Okay. Ah, guck mal, ich kann hier noch ein bisschen Ding machen. Ma. Ding, ding, weißt du? Ich finde das echt schlimm. Was? Ich auch. Was du da machst? Was denn? Der Ding. Der Ding, 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 ding. Ich lösche jetzt alles, was da drin ist. So. Ich habe übrigens 28 Level. Geh mir mal her, was da drin war, du Spacko. Ich habe nichts genommen. Jawohl. Nein, liegt draußen. Wo denn? Ach da. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, warum, ey. Ich hätte gerne noch so einen unsichtbaren Gegner als Skin. Das wäre noch cool. Warte mal, ich glaube, ich habe sowas. Warte, Compress Steel brauche ich viermal. Was wolltest du denn bauen, Peter? Ein Bett. Ach so, ein Bett. Ein Bett. Dafür brauche ich auch komprimiert in Stahl. Ja, klar. Ich habe mal hier den, ich habe mal hier diesen Oxygen Storage aufgebaut, ne? Ja. Dann haben wir mal noch ein bisschen, wenn hier mal was ausfällt und so. Oh Mist, ich brauche noch Block of Dash. Auf Dash? Hat einer Dash? Hier guck, Ted, guck. Was bist du denn geworden? Was ist das denn? Lol. Warte. Warte, ich würde es auch sehen. Ich würde es auch sehen. Ich würde es auch. Ich auch. Oh Gott. Was ist das denn? Das ist ein Nanopartikel. Wirbel, was auch immer. Voll heftig. Der hat Apfel gegessen, oh Gott. Sieht furchtbar aus. Heftig. Dann muss er ein bisschen Ding machen hier. Ding, 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 es kam. Da ist Rauch. Mit einer Mütze. Oh nein, wird immer größer. Er ist ein Baum. Er geht zum Baum. Wie sieht das denn aus, ey? Baum zusammen. Genau. Warte mal, Leute. Was ist denn? Wenn ich ein bisschen esse und dann auf einmal zu einem. Monsterweh. Ach du Scheiße. Hilfe, ich sehe meine Dinger nicht mehr. Oh, oh. Ich bin in der. Was? Oh Gott. Vielleicht passiert. Jetzt hat er sich rausgedrückt. Ich stecke der in der Wand. Oder in der Decke. Hier auch immer. Oh nee. Das klappt schon. Nein, jetzt macht ihr alles voll. Mann, soll dir spacklos. Du beschmutzst doch nicht alles. Warum? Ach so, lol. Ja, ich gehe raus. Sorry, sorry, Mann. Schneemänner haben gewisse Probleme, ja? Da kann man aber nichts für, sagst du? Eben. Ist so angewohlen. Ich mach mal die Eisschicht um mich rum weg. Was geht? Spazer Schnupf, Mann. Jemand hat gesagt, dass die schon Effekte haben und dass man die auch benutzen kann. Dass man mit Küper explodiert und sowas. Küper explodiert zusammen? Und wie kann man die benutzen? Weiß ich nicht. Aber das hat jemand geschrieben. Kommt, das hat Evolved Skeleton, das kann jetzt aber aus beiden Armen schießen, oder? Das explodiert hier. Keine Ahnung. Soll er mal ein Ding, Ding? Ich höre nicht, hat irgendwas explodiert. Ach, hier war es. Hier? Nee, ach, das war der Meteorit. Ach so. Ah, ach so. Das ist der bei uns eingeschlagen, oder was? Ja, fast. Das jiftet doch nicht. Hör mal, was ist da los? Ohne zufragen, der schäbige Steinbrocken, doch. Das jiftet nicht. Boah, ich brauch voll die krassen Sachen, bei Ding, Ding. Was baust du denn da? Schon wieder was kaputt? Ja, das war ein Creeper, den ich provoziert hab. Ich bin schuld. Kann mal einer gucken, wo Dash gibt? Asche? Nee, Dash. Dash. Auch mit A geschrieben, oder? Äh, warte ganz kurz. Hier ist das Bett. Also, mit A. Nee, D-E-S-H. D-E-S-H. Ja, ich guck mal eben. Block of Dash. Block. Hm. Finde ich noch niemals. Blocker easy. WTF, jetzt hab ich eingebaut? Sind die bescheuert, oder wat? Musst du noch mal einbauen? Ich bin da schon wieder nur am Craft, nur am Craft. Also, ich find nicht, ich find nicht, wo das ist. Ich find da unfassbar, was der macht. Kann irgendwas verbrennen, was so Dash wird? Seh ich hier, ich find Dash gar nicht, warte mal. Hä? Und ich bin im Galacticraft, Vicky. Und es gibt Compress Dash und einfach nur Dash gewinnt? Guck mal, ja, es gibt Dash Or. Ah, Dash Or. Dash Or. Das kann nur auf dem Mars gefunden werden. Ach, fuck. Dann lass weiter zum Mars. Auf dem Mars, ey. Dann lass weiter zum Mars, Peter. Und deswegen baue ich mir dann alles. Äh, es würde ja gar nicht angezeigt, dass das zum Mars können. Wie kann man denn da hin? Mit der Tier 2 Rockets, nehm ich mal an, oder? Ja. Und ich finde noch Rockets. Deine Mutter ist Rockets. Mr. T mit zwei Bögen. Tier 2, hör mal. Weißt du? Naja, streng. Dann musst du halt so ein bisschen größere und bessere Rakete nehmen, ne? Sonst geht das nicht mit Mars und so. Ich mach nochmal Ding Ding. Weil Mars viel weiter weg ist und man da viel mehr Scheiße mitschleppen muss, weißt du? Warum? Hör mal. Hm. Hm, er bleibt beständig und fragt immer weiter nach. Verdammt. Was hat so ist, mein Sohn? Was hat so ist? Jetzt halt die Schnauze. Gib dem Pöbel Brot und spiele. Hm? Oh Mann, wie kann ich denn jetzt hier den nächsten, zu dem nächsten wechseln? Hat einer eine Heavy-Duty-Plate geklaut? Achso, eine Heavy-Duty. Wenn du da drin bist, dann drück Shift und dann mit dem Ausrad, dann kannst du zwischen denen wechseln. Ah, geil. Wo ist er denn? Ich hab gerade einen aus Versehen rausgenommen und dahin geworfen, dann musst du hier bestimmt irgendjemand aufgehoben haben. Oh mein Gott. Also ich hab... Nichts. Ne Heavy-Duty-Plate, okay. Boah, ich komme nicht rein. Ja. Bitte? Die hab ich gerade für dich gecrafted, nur für dich. Genau. Die hast du aufgehoben. Ja. Was bist du denn? Ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Das sollen Pikachus sein. Du hast das gerade irgendwo weggeschlagen, so voll krass. Ne, das hab ich schon lange. Aber ich kam nicht drauf, weil es halt das zweite in der Reihe war. Achso. Okay, ich mach nur ein Aluminium gepresst. Ich hab auch vier verschiedene Hexen. Hexe! Ich hör gerade, wie du dich verwandelst. Hört sich voll geil an. Töppich voll an, ey. Oh, falsch. Was macht denn der Kastkraft, Dieter? Was macht er? Das muss ich mir auch mal direkt angucken. Mach schnell weg, mach schnell weg. Hab ich gesehen. Noch, bevor ich um die Ecke gekommen bin, Heiko. Hast du nicht gekriegt? Wie bauen wir denn die Tier 2-Roket? Wie ist der Tier 1? Mit dem Mr. Tier 1, das sieht so scheiße aus. Zeig mal. Das ist sexy, Mann. Wo ist er denn? Ich finde den geil, hier. So ein Erdmännchen. Oh. Vor allem in die Nase von dem Ding ist dann mein Bart, so. Ja, da geht doch was. Glaub ich ja nur so. Let's go to the moon. Today. So, ich hab jetzt vier Heavy Duty-Plate. Wollen wir die zum Mars? Ja, das wär cool. Aber wie machen wir denn die Tier 2-Roket? Äh, wir haben die Workbench, äh, wir haben die, äh, die Schematic für Tier 2 haben wir gefunden. Da ist wahrscheinlich gar nix. Genau wie hier. Ne, glaube ich nicht. Da ist hoffentlich mehr. Ja, da ist halt alles rot, ne? Ach du Scheiße. Cool. Ja, dann lass da hin, wenn alles rot ist. Dann brauchen wir so viele Heavy Duty-Plates. Da brauchen wir richtig viele Heavy Duty-Plates. Ja. Boah. Yo. Ja, so viele hab ich für die erste auch gebracht. Jetzt sind wir aufzuheulen. Brauchen wir ja 40 Stück, ey. Gib mir die Schematic. Hä? Ach so, das ist Ted. Die ist in der Schublade, hier hast du? Ja, hab ich. Und bei uns ist immer noch Schnee drin. Ja, warte mal weg hier. Nimm mal ne Schaufel. Oh. Oh, oh. Was hast du gemacht? Freik aus. Oh. Aktiviert. Die startet da jetzt nicht, oder? Geh wieder rein, Ted. Doch, die startet. Oder? Ah, Herze. Ah, sehr gut. Ah. Ist die jetzt ganz weg? Ne, die ist hochgeflogen. Der Manu hat die aufgehoben. Das sah lustig aus. Space Station. Wie geil. Nein, sie startet. Aber was macht man damit? Ah, mit der Space Station? Ne, mit der Schematic, wo man die hinpacken muss. Eigentlich nicht so ganz verstanden. Ja, bei Next konntest du drücken, dann packt man die in dieses Newest Schematic Slot, also und dann Unlock Schematic, hab ich gemacht. Also ich baue jetzt mal eben die Space Station, den 8x8 Raum, den baue ich mal eben. Und jetzt kann man hier Tier 2 Rocket anklicken, wenn du mal guckst. Ne, ich nicht. Geh nochmal drauf, wenn du Next drückst. Ne. Okay, ich hab die Tier 2 Rocket. Ist bestimmt klein passiert oder so. Oh Mann. Oh Mann. Da startet einer. Tschüss, die Tro... Wo pflegst du hin? Ich baue die Space Station auf. Ach, ist auch okay. Also zumindest schon mal den Rahmen davon. Watt, du kommst mit? Ne, ich hab gesagt, hoffentlich stirbst du. Ah, ich sterb doch nicht. Das kann man natürlich auch so interpretieren, den Satz. Hat sich fast angehört. Genau, gerade du. Ich stirb ja nie, so normalerweise. Wir müssen ganz viel so Meteor Iron machen für die Tier 2 Rocket. Echt, warum? Echt? Ne. Also ich hab schon ein paar gemacht, Heiko. So ist das ja nicht, ne? Als ob ich ja nix mach, du Spacko. Aber wir haben keine Kohle, wer hat die ganze Kohle? Oh. Ich hab keine. Oh. Da hat er jetzt in der Tasche. Entschuldigung, ich hab auch den Oxygen-Kompressor mitgenommen. Ich brauch den da einmal. Der ist noch weniger Atmosphäre als bei euch, ja? Also bei mir ist es viel schlimmer. Aber wenn es eng wird, springst du... Ah, hier ist noch Kohle drin. Ach so, du hast schon... Was? Was brauchen wir denn für Tier 2 Rocket alles? Hier 2 Heavy Duty Blades. Ja, lawful brauchen wir. Also brauchen wir erstmal ganz viele Heavy Duty Blades. Da stehst du. Ja, aber warte. Ganz viele. Ich glaube, ich hab schon 4 Stück gemacht. Okay. Dann brauchen wir noch ungefähr... 10... 10... So... 4... 16... So... 29 mehr. Space Penis heißt das jetzt, ne? Die... Die... Station. Ah, okay. Hast du die gut benannt, sagst du? Ja, die ist... Die ist ja richtig geil, also... Ja, ich hab die schon gesehen. Ja, weißt du, was lustig ist? Ich kann mich hier nicht bewegen. Ich back hier gerade rum. Ach so, du... Echt? Ja, da kann man backen. Wollte ich gerade schon sagen. Ich back im All. Ist zwar ziemlich kalter, aber... Aber klappt. Ich hab einen krassen Ofen dabei. Die grüne Bubble ist wieder bei mir. Hä? Ah, okay. Copper Inget Galactic Craft und Copper Inget Terminal Expansion. Hä? Das steht auch nicht. People say what? What? People say what, nigga? Die Endbombe! Er hat die Endbombe gedroppt! Haben wir noch einer von? Ich war das gar nicht. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. So, Space Station ist da. Ach, Oxygen Storage Modul. Wow. Ja, ist groß, oder? Ja, ist Hammer. Also... Ding, 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 ding. Bin ja schon ein bisschen enttäuscht, aber... Ja, die ist sehr gut. Nimm doch mal auf ein Stück. Äh, ja, ich flieg gerade los. Achso, okay. Echt? So, so gut war die? Ich dachte direkt, wenn er los muss? Ja, die war Hammer. Richtig frustriert. Aber alter und Peter, jetzt pack doch mal diese Scheiß-Talier weg. Nein, wir brauchen das auch. Ding, 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 ding. Pack doch noch 5 hin. Was ist denn, wenn ich jetzt wende mit der Rakete und wieder zurückfliege, geht das? Dann weiß ich gar nicht. Wenn, ja, dann geht die Rakete wahrscheinlich kaputt. Nee, man kann nicht nach unten ziehen. So eine Wenderakete. Ich hab's gerade ausprobiert. Ich dachte so, ja, ziehst du mal nach unten? Geht aber nicht. So, ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Und... Abonnieren ist kostenlos. Genau. Ja, richtig geil. Tschüss. Von Porno. Tschüss. 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 Krass. Komm, Manuel, nimm dir eine Rakete. Yeah. 3, 2, 1, go. So. Jo.